Hallo ihr Legenden und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar habe ich heute eine wichtige Frage. Ja genau, ich habe bis zum Part 8 leider ein übersteuertes Mikrofon. Und darum wollte ich euch jetzt fragen, wie ich es hochladen soll. Ob ich das jetzt alle Folgen auf einmal hochladen soll, zum Beispiel bis Part 8. Oder ob ich die weiter im 2-Tages-Takt hochladen soll, weil ich mir nicht ganz sicher bin. Weil ich will euch jetzt natürlich auch nicht irgendwie damit nerven. Also hochladen will ich es auf jeden Fall, wenn es vollständig ist, die Playlist. Und ich wollte euch einfach mal fragen, wie ich es jetzt hochladen soll. Genau. Ich werde zwei Kommentare schreiben. Einmal alle auf einmal hochladen und einmal alle zwei Tage. Und ihr liked dann einfach das Kommentar, was ihr besser findet. Also genau, dürftet ihr verstehen. Gut, ich würde sagen, das war es auch wieder mit dem Video. Und wie gesagt, schreibt es in die, äh, liked die Kommentare und dann bis bald.